Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken jetzt mal, ob die Mühle was gemühlt hat. Ich hoffe doch sehr. Oder auch nicht. Na gut, aber ich hab mich auch ausgelockt und jetzt nicht nochmal weiter gemacht. Aber ich finde, sie dreht sich auch irgendwie ganz schön langsam. Der Wind geht gerade so in die Richtung. Also sie steht schon richtig, die dreht sich ja anscheinend auch. Aber es dauert noch. Na gut, dann würde ich sagen, lasst uns diese Folge auf jeden Fall nochmal in die Ebenen gehen. Nach Flachs und Gäste gucken. Und bevor wir das machen, wollte ich nochmal schnell schauen. Die Kristallkampf-Axt. Ja, ist halt, nee, ist. Zwei Händler hab ich keinen Bock drauf. Hab ich von Anfang an keinen Bock drauf gehabt. Ich finde diese ganzen Einhand-Geschichten mit Schild einfach um einiges besser. Wir haben aktuell Frostner. Und wir könnten jetzt einerseits das Schwarz-Metall-Schild basteln. Und das sieht mega geil aus. Zehn Edelholz, acht Schwarz-Metall, fünf Mal Kette. Fünf Kette, zehn Edelholz. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir so viele Ketten noch? Haben wir fünf Ketten. Zehn Edelholz. Daran könnte es scheitern. Genau, zehn. Und, 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 und. Acht Schwarz-Metall haben wir gesagt. Ich glaube, entweder hier. Jo. Perfekt, komm, lass uns das mal noch fix basteln. Wenn wir es können, warum nicht? Hä, was fehlt denn jetzt? Ach ja, ich nehme natürlich den Schrott. Wie sollte es anders sein? Komm, gib mal acht Stück davon ran. Zack. Da haben wir es. Das hat nämlich eine Haltbarkeit von 200 und 78. Ich glaube, das war relativ ähnlich, ne? 72, also ein bisschen besser. Aber die Haltbarkeit ist vor allem sehr gut. Obwohl ich glaube ich noch, hatten wir jemals schon mal ein groß abgenutztes Schild? Mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich hier beim Schild schon mal die Leiste weiter unten gesehen habe. Aber, wir können es ja erstens noch upgraden. Und ich denke, es wird zweitens auch noch viel geiler aussehen. Ach, hätten wir jetzt hier auch noch Farben machen können? Ich glaube nicht, ne? Wie ging denn das? Bei dem Silberschild hätte ich es doch gekonnt. Wie ging denn? Ach, hier oben, Steel. Ah, es ging bei dem nicht. Ah, doch. Ach, Mann, oh. Ey, ich vergesse es aber auch jedes Mal. Entschuldigung. Aber ich muss sagen, ich finde das Grün gar nicht so verkehrt. Komm, wir gucken uns das Ding mal an. Jawollo. Ah, das sieht schon nice aus, oder? Also, ich feiere es auf jeden Fall. Mal, ich blende euch mit meinem Schild. Mit den Ketten so drumherum. Auf jeden Fall Pfeil, wollte ich sagen. Ich wollte sagen, äh, auf jeden Fall geil. Gut, dann lasst mal gucken, was kostet das Ding zum Upgraden? Oh, wieder Ketten ohne Ende. Vier Schwarzmetall, zehn Edelholz. Wir haben, glaube ich, keine vier Schwarzmetall mehr, oder? Wir haben hier drei. Können auch mal kurz gucken. Aber wir haben auch kein Edelholz mehr, also brauchen wir gar nicht gucken. Also, wir haben Schrott auf jeden Fall ohne Ende. Das war es dann aber auch schon. Da kommen wir jetzt hier vorne mal wieder ein bisschen Schrott rein. Ich hoffe, Kohle ist noch genug da. War das? Ach, das da. Okay, das war der Ofen. Ein Kohle noch drin. Geil. Ja, mit der Kohle müssen wir uns mal irgendwas einfallen lassen. Also, entweder gehe ich nochmal Sottlingkerne suchen. Flank hier die halbe Seite voll mit den Kohlenmeilern. Dass wir wirklich einmal so richtig viel alle, also so gefühlt zehn so eine Dinger am besten voll machen mit Kohle. Oder mit Holz. Dass wir da 250 Kohle rausholen. Weil irgendwie Kohle mangelt, es mangelt immer an Kohle. Wir haben hier noch ein bisschen Kohle, also es ist wie im richtigen Leben. Es mangelt immer an Kohle. Sei denn, du bist Elon Musk. Dann nicht. Naja. So, zack. Hau mal rein den Spaß. Wir gucken nochmal, guck mal. Oh, jetzt geht es ja aber ab. Ja, Wind hat auch gedreht. Nach dort vorn ginge. Obwohl, naja, ein kleines bisschen gedreht. Zwei verarbeitet. Oh, oh, Leute. Warum leer? Ne, jetzt. Gerstenmehl. Und es kommt. Gar kein neues Rezept. Ich glaube, dass wir es noch hier reinpacken müssen. Ne, auch nicht. Gut geeignet, um Brot zu backen. Objekt backen. Du hast keine kochbaren Gegenstände. Ne. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Dachte, ich habe mich genug informiert. Gerstenwein. War denn das? Naja. Ach ja, das ist mir letztens schon passiert. Und ich weiß nicht, warum. Wir haben jetzt wieder fünf Steine einstecken. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, als ich die Medmischung gemacht habe. Es geht einfach diese Feuerstelle weg. Hier, guck mal. Und das Holz ist vor allem weg. Ich kriege nur das Stein wieder. Das war das letzte Mal schon so. Weiß nicht, warum. Was ich dieser Feuerstelle getan habe. Dass sowas passieren muss. Passt jetzt nämlich auch nicht mehr so richtig mittig drunter. Egal. So. Wir haben hier einmal Feuerwiderstand. Das brauchen wir nicht. Es ist hier auch nichts weiter dazugekommen. Wir haben jetzt das erste Gerstenmehl. In den Ofen schmeißen können wir es aber noch nicht. Das heißt, uns fehlt definitiv noch irgendwas. Und ich weiß noch nicht was. Na gut. Hat das Zeug schon irgendwelche Werte? Nö, nur gut geeignet. Um Brot zu backen. Hm, na gut. Dann würde ich sagen, wir hauen jetzt hier einfach mal Gerste rein. Hier oben ist es. Das Schild können wir noch wegpacken. Hier bei Waffen. Aber wir brauchen dann auch wirklich irgendwann den Itemvernichter. Oder wir müssen es halt doch alles irgendwie ins Meer werfen. Weiß halt nicht, was uns noch fehlt. Irgendwas wird sein. Vielleicht wenn wir dann Flachs haben und hier Leinen, Zwirn, Zeugs machen können. Dann könnte es vielleicht klappen. Dann kriegen wir vielleicht das letzte Rezept. So. Ah, ich weiß. Wir müssen unbedingt weiterbauen. Es tut mir leid. Aber die Ebenen machen einfach gerade so viel Spaß. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch mal auf. Gucken mal ein bisschen nach unserem Flachs und so. Gauen generell mal, ob das Dorf leer geblieben ist. Oder ob wir vielleicht noch mal einen Zaun einfach um das Dorf drumherum basteln. Obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass sich jetzt hier wieder neue Kobolder ansiedeln. Wäre zumindest komisch. Guck mal. Bam. Zack, wieder ein paar Nadeln. Und hier auch. Perfekt. Was haben wir hier? Das ist Flachs. Das ist gesund. Das waren die vier Flachs, die wir noch hatten. Und hier unten haben wir die ganze Gerste angebaut. Genau. Ja, ich habe wie gesagt nicht weitergespielt. Also so rein gar nicht weitergespielt. Seit der letzten Folge. Deswegen ist hier auch noch nicht so viel passiert. Ich muss mal gucken, wie ich es schaffe. Eventuell schaffe ich es ja nach der heutigen Folge noch mal ein bisschen einfach Zeit zu verdrödeln im Spiel. Wäre halt praktisch, weil dann... Ui. Was war denn das? Ich habe da einen Speer geworfen. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen Zeit zu verdrödeln. Dass das Flachs und die Gerste schon mal weiterkommt. Ich wollte eigentlich vor uns an der Schmiede noch mal gucken. Zwecks dem Schwert. Wir haben ja ein neues Schwert dazu bekommen. Und das macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Ich würde es mir schon ganz gerne brauen. Einfach, weil es zu den stärksten Waffen des Spiels gehört. Und ja, was soll ich sagen? Ich hätte einfach gerne die stärksten Waffen des Spiels alle mal ausprobiert. Und generell auch alle in der Kiste. Stellt euch mal vor, wir sterben mit Frostner. Dann wäre es schon cool, dass wir das Schwert noch mit am Start haben. Ich möchte es halt wirklich auch mal ausprobieren. Hier haben wir wieder so ein Totem. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon genug. Also für den letzten Boss. Den können wir, wenn wir ihn denn finden. Aua. Und da kam er überraschend hier. Das ist mir eigentlich mit ihm verkehrt. Steht im Gebäude und wirft Sperre. Her mit dir. Eine Trophäe. Jetzt habe ich hier denn seine Treppe kaputt gehauen. Ja, von daher würde ich sagen, wir können das Schwert irgendwann mal noch basteln. Ich bin mit Frostner soweit zufrieden. Also ich möchte Frostner definitiv auch weiter behalten. Weil das Einfrieren einfach wirklich mega geil ist. Also das ist mir aktuell lieber als alles andere. Auch wenn jetzt vielleicht das Schwert mehr Schaden oder so macht. Also wird es machen. Aber selbst das ist es mir nicht wert, Frostner auszutauschen. Guck mal, sieht irgendwie cool aus, ne? Da vorne ist wieder Teer. Hm. Ich bin echt froh, dass wir noch nicht so wirklich in den Ebenen waren. Bevor das Half-and-Home-Update kam. Weil da gab es ja auch die Info von den Entwicklern, soweit ich weiß, dass bereits besuchte Gebiete halt keine Neuerung mehr haben. Ist ja irgendwie auch logisch. Du warst ja schon mal dort, aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier im Umkreis schon alles an Ebenen abgeguckt. Und dann kommt das Update und du musst ewig weit laufen, um das Teer zu finden. Wäre halt irgendwie ganz schön fies gewesen. So, wir haben drei Wildschweine und einen Stein. Mal gucken, was der Ulf diesmal zu sagen hat. Ich habe mir jetzt vorgenommen, uns die Ulfs dieses Spiels wieder durchzulesen, weil der Letzte hat uns ja, den Hinweis gegeben, wo die Drachenmudi ist. Oh, langer Text. Dieses Land ist wild und ungetüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken. Oh Gott, der hat mich gerade erschrocken da oben. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender. Des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Sind die jetzt gekommen, weil ich den Stein gelesen habe? Weil der sagt ja, erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst. Na gut, ich sehe auch schon. Oh, geil. Jawohl. Rock die Typen hier weg. Komm, der andere Krauzwerk. Nicht auf mich gehen, geh auf den Krauz... Nein, es geht auf mich. Es geht auf mich. Geh doch auf den Krauzwerk. Jawohl. Bam. Hoho, schön. Geil. Ey, dann gefallen die mir. Können wir die irgendwie züchten? Komm, wir werfen der... Hier ein bisschen Harz hin. Ist was, Kleine. Du hast doch Bock auf Harz. Schade. Das wäre geil. So ein totes Kito als Haustier, was du dann immer direkt bei den kleinen Viechern vorschicken kannst. So, voll auf Angriff. Komm, geh hin, mach mal den dunklen Wald leer. Ja, also ich glaube nicht, dass die Gegner jetzt gespawnt sind, aufgrund dessen, dass ich den Stein hier angeguckt habe. Ich fand's halt nur so, guck hier, was vor dir ist. Hier Steine und Holz und in dem Moment kam halt die Krauzwerke, die Steine werfen und aufs Holz sind, aber war wahrscheinlich nur ein dummer Zufall. Und besieh dir auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und sehen. Ja, ja, okay. Wissen wir alles schon. War wieder nicht sehr informativ, lieber Ulf. Ich weiß nicht, Thea habe ich gerade nicht so wirklich Bock. Einerseits haben wir schon Thea, andererseits dauert das ewig lang. Und nochmal andererseits wird es gleich dunkel. Das ist ein bisschen doof, ich habe wenig Bock hier im Dunkeln durch die Ebenen zu streifen. Ja, also ich schaue mal, wie gesagt, dass ich vielleicht heute nach der Folge ein bisschen Zeit vertrödel, dass wir dann nächste Folge wirklich Flachs haben. Oh, guck mal. Ach nee. Nee, das war nur Thea. Entschuldigung. Ja, dass wir dann Flachs auf jeden Fall auch am Start haben. Ich google nochmal eine Runde, was jetzt mit dem Gerstenmehl ist. Ich dachte, sobald das Gerstenmehl kommt, kriege ich tausend neue Rezepte. Aber irgendwie, irgendwas fehlt noch. Irgendeinen kleinen Punkt habe ich wohl vergessen. Oder weiß ich ihn einfach noch nicht. Ebenen vorbei, hier kommt dunkler Wald. Dann haben wir hier schon mal die Grenze, aber es war auf jeden Fall doch ein größeres Gebiet, als ich einst dachte. Könnte so an dem Stein stehen. Es war größer, als Ulf einst dachte. Doch dann die Ebenen. Ah, ah, alter. Wie kann ich denn die übersehen? Ey, Jungs, es tut mir leid. Nö, koch, nö. Es tut mir leid, Jungs. Es war keine Abs... Oh, guck mal, er geht... Nee. Na, vielleicht doch. Guck mal, hier ein bisschen schleichen. Nö, er sieht mich. Schade. Schade, schade, schade. Ich will den jetzt aber auch nicht mit ins Dorf holen. Aber man wird sie schnell wieder los. Wenn wir könnten. Wir haben Nadelfeile. Wollen wir uns mal einen holen? Bei mir, er rennt weg. Was ist denn da los? Also gefühlt verbraucht das... Wir schaffen es gerade mal noch vier Pfeile. Mit so viel Ausdauer zu verschießen. Irgendwie will das gute Loxi nicht zu uns. Ich würde sagen, wir holen das mal noch. Weil ein bisschen ungekochtes Loxfleisch können wir auf jeden Fall gebrauchen, wenn wir der nächste Folge so weit sind. Dass wir Gerstenmehl haben oder halt generell Loxfleischpastete herstellen können. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ja, komm her. Komm, greif einmal an. Bäh. Es ist irgendwie echt krass, wie viel Ausdauer mittlerweile das Bogenspannen verbraucht. Kannst du mir da nicht erzählen, dass du ein erwachsener, kräftiger Kerl es nur schaffst, viermal so einen Bogen zu spannen. Ein bisschen hin und her zu laufen. Ui. Jetzt ist er aber aggro. Aber mit den Nadelfeilen, das macht schon Laune. Ganz ehrlich, guck mal, ein Pfeil noch. Da sind selbst die Loxe easy peasy. Mehrere auf einmal sollten wir jetzt vielleicht nicht anlocken. Aber so ist das easy. Guck mal, fünf Loxfleisch. Geil. Alles klar. Dann lasst uns mal fix wieder zurück machen. Gutes Kidos. Die holen wir uns noch. Die Nadeln brauchen wir. Wir haben schon wieder zwölf Stück. Bam. Double Hit. Und sogar zwei Nadeln. Da haben wir 14. Vier brauchen wir immer. Das heißt, wir können schon wieder dreimal herstellen. Also 60 Nadelfeile. Sind wieder am Start. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne schaffen, ich höre doch schon wieder so einen kleinen Fullinger. Wo ist er denn? Ach tut. Hi. Ich grüße dich. Das ist meine Base hier. Also chill mal die Base. Also ich würde es auf jeden Fall ganz gerne schaffen, dass wir in den nächsten Folgen die besten Lebensmittel herstellen. Also Fischhäppchen, Blutpudding, Lox, Pastete. Dann würde ich mir Aua. Dann würde ich mir gerne Aua hinzufügen. Weil ich eigen zugefügten Schmerz geil finde. Ne ey, guck mal. Hier drüben ist noch Gerste. Den haben wir noch gar nicht entdeckt, oder? Oh, und wir haben keinen Platz mehr im Inventory. Was hauen wir denn mal weg? Hier, die drei Leder. Ich weiß gar nicht, was wir noch mit dem Leder sollen. Ah, perfekt. Da haben wir hier noch etwas Gerste und die können wir auch direkt wieder einpflanzen. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, wieso haben wir noch? Immer noch 13 Gäste. Dann müssen wir hier erstmal ein bisschen kultivieren. Äh, nee, genau andersrum. Genau. Wir machen jetzt hier erstmal ein paar große Felder, würde ich sagen. Wir werden hier in Zukunft sowieso nur anbauen erstmal. Aber ich finde es schon geil. Mir gefallen auch die kleinen Hütten, weil die können wir so selber nicht bauen. deswegen vielleicht doch nochmal von unserer Seite aus einen großen Zaun drumherum und so ein paar kleine Sachen bauen, eine kleine Hütte mit Bett und so, ein kleines Portalhaus, dass wir hier nochmal aus dem Ding eine kleine Base machen. Fände ich irgendwie geil. Weil das sind halt Sachen, die kannst du nur integrieren, kannst du halt nicht selber bauen. Von daher, was ist denn hiermit eigentlich? Das kriegen wir nicht mehr los, ne? Naja. Ja, von daher fände ich es cool. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo habe ich denn die letzte Gäste hingepackt? Ich will das nicht zu nah bauen, zu nah anpflanzen. Ja, das kriege ich natürlich nicht aufgehoben. Ich habe es ja gerade weggeworfen. Nicht, dass das hier irgendwie noch alles eingeht, weil ich zu wenig Platz lasse. Gut. War das jetzt schon wieder so viele? Anscheinend schon. Wir gucken nochmal kurz nach unserem Zeug, aber das wird alles, ja, ist alles natürlich noch nicht fertig. Und hier oben das Flax. Das ärgert mich ein bisschen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Dorf finden und hoffentlich ist es auch ein Dorf mit Flax. Ich habe so viel Flax versaut und jetzt haben wir hier bloß noch diese vier kleinen mickrigen Helme. Also, ja, ihr wisst schon, Strohhelme an Flax. Ach ja, schade, schade. Egal, wir gehen zurück. Also, ich weiß nicht, hatte ich es zu Ende gesprochen, ich möchte auf jeden Fall einen Vorrat an Nadelfeilen haben, weil es ist nun mal das Nullplusultra aktuell. Ich weiß nicht, ob nochmal was Besseres kommt, aber ich glaube, Nadelfeil ist schon besser als alles andere. Das ist die ganze Rübe und guck mal, das ganze Flax, ey. Ach man, ist schade, dass man das nicht wieder irgendwie ausbuddeln kann. Das tut mir ein bisschen weh im Herzen, aber es geht wirklich nicht. Naja. Ja, wir können noch mal kurz gucken an den, hui, da war der Leggedileck an den Pfeilen, aber Nadelfeil 62 stechen, Obsidian 52. Weiß nicht genau, der Rückstoß. Hat der was mit der Ausdauer zu tun? Das kommt mir irgendwie so vor, als würden die Nadelfeile mehr Ausdauer benötigen. Guck mal, Rückstoß 10, 10, 10, 15. Hier haben wir natürlich noch mal Eis und so zum Verlangsamen, auch alles geil, aber ansonsten rein vom Stechenwert ist das schon das Nonplusultra. Und vor allem kriegen wir die halt auch echt schnell. Also, Todes Kidos gibt es genug. Guck mal, Schleimbombe. Haben wir auch noch nie ausprobiert. Können wir uns nächste Folge mal noch basteln? Ach, der Loksumhang, genau, Resistent gegen Eis, Einrüstung, aber was, was ist es für ein Unterschied zu dem hier? Resistent gegen der Eins haben wir. Gewicht 4 Kilo, Gewicht 4 Kilo, Qualität 1, Haltbarkeit 1200, okay, ein bisschen mehr Haltbarkeit, ansonsten alles gleich. Sieht vielleicht geiler aus. Na komm, wir machen den noch fix. Sechsmal Lokspelz, zweimal Silber. Sollten wir doch haben, oder? Haben wir das reingehauen? Bei Fell? Na siehste, sechsmal Lokspelz und zweimal Silber haben wir bestimmt auch noch. Ah, Zinn, Eisen. Ich glaube, in der Kleintruhe hier vorne könnten noch zwei Silber rumlungern. Nein, alles Zinn. Wir haben gar keinen Silber mehr. Ah, haben wir alles verbraucht. Schade, wollte ich mit euch noch machen. Egal, dann machen wir das in einer der nächsten Folgen. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen 19 Uhr kommt dann wie gesagt die nächste Folge und dann sehen wir uns dort. Bis dahin, macht's gut. und dann sehen wir uns und dann sehen wir uns und dann sehen wir uns